Ich glaube, es wäre vielleicht eine Musik von Jazz. Chopin liest Backbeat. Guns of Brixton, they clash. Die Sonne de l'Ambulanza. Es ist wie Piccadilly Circus. Somewhere in der Rainbow. Als Hobby spiele ich gerne Klavier. Ich vergleiche immer gerne mit einer Orgel. Boom-tack, boom-tack, boom-tack. Das ist das Gefühl, das Querbeiz. Das ist das Gefühl, das Gefühl, das Abraham zu hören.